Wir machen jetzt weiter im Programm und zwar mit jemandem, der aus Buxtehude kommt. Und er hat einen tollen Namen, der kommt aus Buxtehude und wer aus Buxtehude kommt, der hat auch einen riesen, also der hat eine weite Anreise. Wir haben ihn wirklich in der Mitfahrgelegenheit mit sieben Clowns in den Smarty hingeschickt. 7 Euro. Riesenapplaus für Thomas Schwieger! Vielen Dank! Ja, Luke hat es gesagt, ich komme tatsächlich aus Buxtehude in der Nähe von Hamburg. Buxtehude für euch ist so ein bisschen wie Bensberg und wir haben kein Schloss. Ja, es ist also meine Freunde, Kollegen, die wohnen alle in Hamburg und die finden, Buxtehude ist einfach zu weit draußen. Aber die Augen von Mesut Özil, die sind auch weit draußen. Komm, ist das so, oder? Ansonsten bin ich so wie die Luft hier drin, ziemlich dünn. Früher beim Metzger, für alle Kinder gab es eine Scheibe Wurst. Für mich eine Wurstkette. Als Kind so dünn im Park, habe ich die Enten mit Brot beworfen und mein Vater hat mir zum 15. eine Handel geschenkt. Die liegt heute noch da, wo mein Vater sie damals hingelegt hat, weil ich sie nicht hochkriege. Ich habe Laminat rumgelegt. Nein, ich höre ja auch auf meine Eltern. Stichwort Berufswahl, lernen was Anständiges. Ich habe gelernt, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Fachrichtung, Großhandel im Nutzfahrzeug- und Anhänger-Ersatzteilbereich. Das ist mein Ausbilder. Und Laminatleger, ich habe auch noch gelernt. Ja, dann mit 29 umgeschult auf Praktikant in den Medien. Ich war dann fünf Jahre beim Radio, dann outgesourced. Kein Radiogesicht. Ja, mittlerweile sind meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt so schlecht, ich kriege Initiativ-Absagen. Das Problem ist, alle sparen. Selbst meine Freundin. Top 1 auf ihrer Streichliste war ich. Super. Eine Woche nach meinem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Super Timing. Vor allem auf anderes mehr Verlass. Wer gratuliert mir seit zehn Jahren verlässlich zum Geburtstag? Mutter. Ja, Mutter kennt mich länger als zehn Jahre. Sixth Autovermietung. Und Flora Prima Online Blumenhandel. Wirklich. Jedes Jahr kriege ich von denen eine Geburtstasse mehr. Ich komme mit dem Lösch nicht hinterher. Das ist Wahnsinn. Ich habe bei beiden Läden jeweils nur einmal was bestellt. Bei Flora Prima Online Blumenbums. Hier so einen Blumenstrauß nach dem Beziehungsstreit. Und bei Sixth den Laster, als ich dann ausziehen musste. Das Ding ist ja auch, am Ende meiner Beziehungen heißt es immer, die Gefühle reichen nicht mehr aus. Also bei ihr, ne? Bei mir voll der Tank. Das kannst du mir noch erzählen. Das passiert dann über Nacht. Du stehst dann nicht morgens auf. Ah, ich glaube, heute reichen die Gefühle nicht mehr aus. Ja, ja, ich glaube, es ist so. Ich überlege dann auch immer. Ich bin so blöd. Überlege ich im Nachhinein immer noch. Ah, hättest du vorher irgendwas merken können? Okay, sie hat vier Wochen nicht mit ihr geredet. Ey, bei der nächsten Trennung verteile ich Feedbackbögen. Warum wurde meine Stelle gestrichen? Wie sieht es aus mit dem Zeugnis? Darf ich das selber schreiben? Das ist ein Horror. Meine Freunde sind aber immer da. Bei jeder Trennung haben die einen und denselben Tipp. Schaff dir doch einen Hund an. Du wolltest doch schon immer einen. Und der steht auf Knochen. Ah, Leute, so ein Hund kann auch weglaufen. Wenn ich dann immer höre, ja, Thomas, aber jede Trennung macht dich ja auch stärker. Ganz ehrlich, dann bin ich mittlerweile unbesiegbar. Ja, ist ja so. Ich meine, ich will mich trotzdem wieder verlieben. Vielleicht nicht jetzt gleich, aber nach der Show geht bestimmt was. Es ist doch auch so, wenn eine Tür zugeht, dann geht eine andere wieder auf, oder? Bei mir ist meistens eine Drehtür. So, wir haben ja auch gemeinsame Wohnungen zusammen gewohnt. Mussten natürlich auflösen. Hatten wir mit dem Vermieter vereinbart, Besen rein. Ich tue auf, Besen rein. Achso, ich muss eins noch, ich muss eine Sache noch loswerden. Es sind Freunde von mir sind gerade zusammengezogen. Björn und Inken, beide Anfang 20, erste gemeinsame Wohnung. Ich komme da hin, zur Einweihungsfeier, hängt an der Wohnungstür und Keramikschild. Hier, Kuscheln, Björn und Inken. Ey, da könnte ich kotzen. Also, das Motiv, pass auf, das Motiv war so ein Baum, der Mond, zwei Katzen in der Rückansicht, die beide den Mond anstarren, wahrscheinlich, weil sie sich nichts mehr zu sagen haben. Ich habe erst gedacht, was ein scheiß Einweihungsgeschenk. Aber die haben sich das selbst gekauft. Hier kuscheln Björn und Inken. Ey, wenn sie Winston geschrieben hätten, hier Vögeln Björn und Inken, das wäre Winston originell gewesen. Naja, das Schöne ist, sie können das Ding direkt als Grabstein benutzen. Hier ruhen Björn und Inken. Naja. Jo, vielen Dank, ich habe noch einen Termin, Bewerbungsgespräch für einen One-Night-Stand. Vielen Dank, tschüss. Thomas, Schwieger! Aus Buxtehude, Thomas Schwieger! Thomas Schwieger!